Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Longboard und natürlich wie immer mit mir eurem Winter Krasus. Ja in der letzten Folge habe ich schon angekündigt, ich schaue mir mal an was ich noch so alles mit dem Geld machen kann. Ich habe es getan, ich habe geschaut und mit dem Geld kann ich nichts anfangen. Also ich kann weder noch einen Satelliten dazu kaufen, den ich allmählich bräuchte, noch kann ich irgendwie glorreiche Ausrüstung damit erwerben. Also sparen wir das Geld mal noch, bis wir den Satelliten kaufen können. Es sind zwar noch zwei unterwegs, aber ich brauche mindestens noch zwei. Noch zwei, wenn nicht sogar mehr, weil da kommt der nächste Uplink. Also Satelliten noch und nöcher. Von daher scannen wir in die Zukunft. Warten wir unseren Nexus erstmal ab. Wie schön, unser Nexus. Da steht er. Und beginnt drei Satelliten, die ich jetzt leider nicht habe. Gut, weiter geht's. Okay. Abfangen irgendwie? Ignorieren. Schade. Aber er wollte auch gleich mitgenommen werden. Er will auf jeden Fall in den In-Fight. Soller haben. Der wird sich wundern, wenn er auf einen Anfänger-Scout trifft. Der eigentlich hätte auch ein Medic werden können. Gut. Wir brauchen Motion Tracker, Battle Scanner. Lasergewehr hast du. Viel Erfolg. Ich habe mich nicht gehört. Wir haben so gut wie nichts. Okay. Leia, ich vertraue darauf, dass du die Truppe ordnungsgemäß zum Sieg führst. Auch ohne dein großes Lasergewehr. Probier es einfach mal. Jetzt wird es interessant. Ja. Ich bin, glaube ich, einfach nur schlecht ausgerüstet und momentan in einer Notsituation. Ich muss eigentlich, glaube ich, gerade unsere Elite dahin schicken. Padre, bitte mitkommen. Lasergewehr, wie immer. Und ich glaube, du kannst sogar mal ein Arcthrower mitholen. Vielleicht haben wir mal die Gelegenheit, den Feind nochmal zu umrunden und einzufangen. Shilong. Das ist jetzt mehr oder weniger meine Topmannschaft. Ich glaube, ich habe noch so ein Dings übrig. Hier so ein Scope. Genau. Ha. Perfekt. Wen haben wir noch? Mad Dog. Mad Dog ist am nächsten, zur nächsten Stufe. Also kannst du mit. Ich kann dir sogar mal ein neues Gewehr geben. Da ist es. Rauchgranate. Und ich glaube, nur, falls es klappen sollte, nehmen wir auch noch diesen Arcthrower mit. Medic. Okay. Wir nehmen Medic mit. Natürlich mit Lasergewehr. Medikit ist dabei. Smoke Grenade. Passt auch. So. Was kann ich noch mitholen? Assault habe ich. Ansonsten nur noch Assault und Infanterie frei. Nehmen wir noch eine Infanterie mit. Der Duke schießt im Moment am besten von allen. Also Duke. Hier noch ein Lasergewehr dazu. Und mach uns alle stolz. Ja, okay. Es wird mal Zeit, dass wieder ein paar Leute aus dem Krankenhaus zurückkommen, glaube ich. Und was noch wichtiger wäre, ein paar aus dem Partik, damit ich überhaupt mal wieder eine ordentliche Auswahl aufstellen kann. Gut. Sieht gar nicht so einfach aus. Es ist nur ein Waldgebiet. Da fehlt es an... Oh, das Schiff war schon zu sehen. Da fehlt es auf jeden Fall an Deckung. Also an kompakter Deckung. Ja, das werde ich starken Widerstand erwarten. Okay, alles gut. Hier vorne ist alles frei. Versucht dich mal hinter dem Stein zu verstecken. Sehr gut. Keiner da. Hatten wir nicht vorhin das Schiff in Sicht? Oder irre ich mich? Halt. Nein. Ich dachte gerade da vorne wäre es gut. Es ist nicht. Lea nach vorne. Wenn geschossen werden muss, dann ist sie auf jeden Fall mit dabei. So, hier erstmal alles versammeln. Der Feind war ja auch weit genug weg. Schließlich konnte ich mit dem Motion Tracker nicht erahnen. Deshalb kann ich sie alle mal mit Eilmarsch hier vorne hinschicken. Ich bin auch komplett in der Ecke. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. So, einfach nach vorne. Alle auf einen Haufen. Möglichst schnell ans Ziel kommen. Ich habe sogar jemanden, der auf euch aufpasst. Nämlich Duke. Der Einzige mit Overwatch im Moment. Und Shilong natürlich auch noch. Sehr gut. Oh nein. Stimmt nicht. Hayley hat auch noch Overwatch. Drei von acht. Das ist doch ziemlich gut. Da kann der Feind ruhig mal anrücken. Oh nein. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ich glaube, das ist die Disco-Scheibe. Auch den Motion Tracker an. Es ist keine Sau da. Okay, volles Risiko. Aha. Feind entdeckt Leia. Hinter den Bauch. Von hier aus kannst du dann gleich das ganze Gebiet eindecken. Wenn du möchtest. Hier stellen wir uns auch schon mal in Deckung. Ich glaube, ja, das geht. Perfekt. Weit genug weg von allem. Padre sollte dabei sein. Warum? Er hat den Stunner. Also die Arx-Throwers. Kann dann mit Mad-Doc zusammenarbeiten. Ja, da weiß ich nicht. Soll ich mich schon hier vorne an die Rampe stellen? Ich glaube, ja. Der Feind war ganz knapp am Rand zu sehen. Ich glaube nicht, dass er auf mich zufliegt. Ich hoffe es zumindest mal. Weil wer das macht, habe ich ein Problem. Aber wir können hier auf jeden Fall schon mal im Overwatch auf den Feind warten. Ihr auch. Es geht keiner weiter vor als bis zu euch. Du darfst dich auch selbst verteidigen. Leia, mach einfach mal den Kopf weg. Und einer fehlt noch. Meg. Meg braucht erstmal nicht einzuziehen oder so. Da hoffe ich, dass er gleich nach Hamburg der Rakete rum sich ballern kann. Gute Frage, Hayley. Du kannst ja gleich nachschauen gehen. Ich bin sowas von sicher, dass das eine Diskus-Scheibe ist. Ach du meine Güte. Und nicht zu sehen. Gut. Aufrücken. Ja, Leia, Leia, Leia. Da ist Leia. So, hinter das kleine Steinchen. Und hier allmählich mit den Leuten aufrücken. Ich glaube, du gehst außen rum, Meg. Den haben wir hier noch. Ähm... ...Medic hinterher. Und natürlich noch unseren Duke. Duke in... ...die Ecke hier. Es ist niemand zu sehen. Ich glaube, die bewegen sich so ein bisschen weg von mir. Kann das sein? Irgendwie habe ich das Gefühl. So, einmal Licht anmachen. Ach, ich habe mich in die falsche Richtung geworfen. Aber das reicht aus. Zwei... Echt jetzt? Zwei Disco-Scheiben? Seid ihr falsch gewickelt oder... Wo ist euer Problem? Zwei Disco-Scheiben. Hat mich das nicht das letzte Mal fast schon den Hals gekostet, als ich da dieses, äh... ...superschwere Raumschiff angegriffen habe bei Gangplank? Zwei Disco-Scheiben ist immer so eine... ...bösartige Geschichte. Aber wir haben eine echt gute Verteidigungsposition. Wir können hier quasi mit der ganzen Mannschaft so im Halbkreis herumhocken. Uns darauf freuen, dass der Feind sich zu uns bewegen muss. Ich glaube, dich lasse ich hier im Hintergrund stehen. Jemanden, der die Leute zusammenflicken kann, ist echt wichtig. So habe ich alle. Habe ich alle. Ich glaube nicht. Dich vielleicht noch näher holen. Problem ist, ich kann nicht nirgendswohin sitzen. Ne. Dann würde ich sagen, bleiben wir hier. Warten ab. Ihr misst Stücke. Ihr könnt doch nicht einfach wegfahren. Boah, jetzt muss ich den ganzen Weg hinterher zoppeln. Mist. Und wir können schießen. Das ist eigentlich gar nicht verkehrt, wenn wir das Ding treffen. Er lebt dann noch. Die Feinde sind motiviert. Sie kommen her. Die anderen können auch vielleicht schon schießen. Ich habe nichts gesagt. So viel zum Thema. Können vielleicht auch noch schießen. Hätte ich vielleicht vorher darüber rennen können. Okay. Wir warten hier auf den Feind. Mal sehen, was draus wird. Okay. Zang. Los, Chiron. Zeig, was du kannst. Wundervoll. Echt gut. 1 zu 0. Wenn der nochmal anfliegt, kriegen wir den vielleicht auch noch. noch kaputt. Jawohl. 2 zu 0. Und jetzt noch die Discoscheiben. Oh, nee. Noch eine Drohne. Ich glaube, das trefft man nicht bei 38%. Wird es eher dünn. Ja, dachte ich mir schon. Aber alles gut. Wir haben ja noch einen Versuch. Hier mit unserem Medik. Oh, schade. Und schön ist, er hat sich nicht unsichtbar gemacht. Das heißt, er kriegt auch gleich seine Haue. So, Hayley, du bleibst mal, wo du bist. Dich brauche ich da erstmal nicht. Duke. Na, ich versuche mal aus der zweiten Reihe. Hinten von... Patre. Hat beide Möglichkeiten. Also, Patre. Du nimmst dir auf jeden Fall mal den Seeker. Ach, schade. Na gut, solange wir uns nicht bewegen müssen, können wir hier losballern. Sehr schön. Den zweiten Schuss hebt sie dir auf für Overwatch. Schilong. Einmal vernichten. Läuft. Und Overwatch. Ebenfalls Overwatch. Definitiv Overwatch. Meinetwegen auch Overwatch. Ne, ich glaube, der Rest kann in Overwatch gehen. Die Aufteilung ist okay. Wir sind vorbereitet. Fast alle können schießen. Und die Diskus-Scheibe kriegt auch gleich richtig... Nicht mal Licht-Effekte, sondern einfach nur ein Knalleffekt. Ein bisschen Show-Einlage. Drei Schuss. Alle über 50% und einer trifft. Okay, fünf Schuss. Alle über 50% und nur zwei treffen. Tu uns nicht weh. Nein, keine Granate. Nein, wieso kann das Ding so weit Granaten werfen? Okay. Das nenne ich Glück. Schade um den Scout. Aber es hätte weitaus schlimmer enden können. Oh, Backe. So, wir haben irgendjemanden, der die Teile da anvisieren kann. Oder? Ja, genau, hier. Einfach mal markieren. Mehr geht's in diesem Schuss nicht. Jawohl. Mehr hat's auch nicht gebracht. Lea, Lea, Lea. Da ist sie. Den schroten wir weg. 100%? Wie viel Prozent haben wir, wenn wir diesen Doppelschuss... Hehehe. Okay. Bye-bye, blöde Diskussscheibe. Einmal geschrotet. Und... Tschüss. Boah, Lea hat das voll drauf an der Stelle. Wie weit fliegt deine Rakete? Okay, wenn das Ding halbwegs vernünftig sitzt, ist dieser Mech... Diese Diskusscheibe auch bald muss. Vielleicht nicht sofort. Wow. Du hättest nicht mehr weiter vorbeischießen können, wenn du es drauf angelegt hättest. Okay, der Rest in Overwatch. Vielleicht kriegen wir das Ding ja auch noch so kaputt. Na gut, er will's wissen. Dann können wir ruhig mal loslegen. Alle schießen. So, hier brauche ich erstmal noch jemanden, die das Ding markiert. Das wäre echt schick. Nein, kriegen wir nicht hin. Gar nicht. Boah, dann... Mach leer. Äh, nicht gut. Der Rest wartet. Artillerie-Duell. Beide stehen. Warten. Er kann nicht länger warten, weil er kriegt jetzt die ganze Zeit Haue. Na gut, so gewinnt die Diskuscheibe. Mensch, Leute. Yay. Ein Treffer von vier Schuss. Geht, glaube ich, kaum schlechter. Letzter Schuss. Von fünf Schuss ein Treffer. Freunde, ich glaube, wir verlieren jetzt gleich irgendjemanden, weil das Mistding sich in die Flanke gesetzt hat. Okay, die Maschine ist voll doof. Wo ist mein... Mein... Da ist er. Markieren. Einmal markieren, bitte. Ich hätte es auch treffen können. So, hier. Nimm. Kannst du nicht jedes Mal verfehlen. Meg. Also. Okay, großartig. Lea, 91 Prozent, Doppelschuss. Einfach weil es geht. 46, äh, 76. Einer muss noch treffen. Dankeschön. 60 Prozent für mich noch... Ach, ganz ehrlich, reicht aus. Alles nicht so einfach. Hier wird jetzt ganz gewaltig nachgeladen. Wenn noch irgendwas in der Nähe ist, brauche ich definitiv wieder Schusskraft. Gut, du kannst da bleiben. Du hast nachgeladen. Du lädst jetzt nach. Okay, dich können wir hier vorne hin bewegen. Medic. So, viel besser. Und der Rest geht, glaube ich, erstmal in Overwatch. Also alle, die noch nicht nachgeladen haben, gehen in Overwatch. Und Lea darf definitiv auch nachladen, sonst wird es irgendwann noch eng. Sehr schön. Feind voraus. Puh, okay. Bis hierher ging es noch ganz gut. So, ein wenig. Ähm, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und bis dahin. Gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt. Wie ist es noch nicht. Amen. Guten Tag. Wir sind eigentlich nichtissakt Court. Musik.